. Geschätzte Fahrgäste auf Gleis 3, bitte einsteigen. Vorsicht, die Flugabfahrt. Ja, der kommt erst in einer Stunde wieder. Okay. Ah, der Dreck. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich, can I help? Yes, Stomps. Stomps? Ah, St. Moritz. Ja, St. Moritz ist sicher einer der bekanntesten Orte in Graubünden. Hier entstand einst eines der ersten Wintersportgebiete. Und hier verwöhnen wir bis heute Gäste aus aller Welt. Und ans WEF in Davos kommen jedes Jahr die wichtigsten Politiker und Wirtschaftsgrössen. Neben Orten wie St. Moritz, Davos, Flims, Laax und Lenzerheide gibt es in Graubünden aber auch viele kleinere Wintersportgebiete zu entdecken. So, woher musst du denn? Nach Brüssel? Nach Brüssel. Nach Job. Aha, so weit weg. Ja. Mach's gut. Graubünden ist ein Bergkanton. Der grösste Kanton der Schweiz, aber am dünnsten besiedelt. Nur knapp 200.000 Menschen leben hier. Kur ist Regierungs- und Parlamentssitz. Von hier ist es ein Katzensprung nach Zürich oder Bern, Mailand oder München. Zwei Drittel der Fläche von Graubünden sind Wald oder blanke Fels, so steil, dass keine Kuh darauf stehen kann. Wo es möglich ist, produzieren wir Holz, unser berühmtes Trockenfleisch, Wein und Bündner Bergkäse. Wir produzieren nachhaltig. Die Hälfte der Bündner Bauern, das ist weit über dem Schweizer Durchschnitt, produziert längst Bio. Neben Bioproduktion setzen wir auf erneuerbare Energien. Graubünden liefert der Schweiz einen Fünftel ihres gesamten Stroms. Und zwar aus sauberer Wasserkraft. Und in Flaschen abgefüllt liefern wir unser Wasser sogar in die ganze Welt. Graubünden bietet Europa eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen durch die Alpen. Verkehrsverbindungen kosten viel Geld. Aber es lohnt sich, denn wo es Strassen, die Bahn und im Dorf eine Schule gibt, da bleiben die Menschen. Da lebt Graubünden. Lebt die Schweiz. Ich weiss, ihr findet, wir sagen «oversteilt». Nein, nein, das ist fast okay. Weisst du, wir kommen gleich gerne. Für unsere Gäste steht in Graubünden viel auf dem Programm. Action, Sport, aber auch Wellness, Kultur und unser Brauchtum. Mit über fünfeinhalb Millionen Hotelübernachtungen im Jahr ist Graubünden der Gastgeber Nummer eins der Schweiz. Deshalb arbeiten viele von uns im Bereich Tourismus. Gut ausgebildete Spezialisten sind auch bei den internationalen Grossunternehmen beschäftigt, die in Graubünden ihren Sitz haben. Oder in einem der vielen Kleinbetriebe. Wir bauen Ski, die von Starrs gekauft werden. Bringen den Gau Mio ins Schwärmen. Haben weltbekannte Architekten und Künstler, die ihre Eindrücke in Öl und Eisen festhalten. Und in fast jedem Dorf in Graubünden gibt es eine Schreinerei. Der berühmte Schanfikir-Schlitten wird dort von Hand gemacht. Von einem eingewanderten Kollegen. Wow! Bien dit! Bien dit! Das war romanisch und heisst Guten Tag. In Graubünden sprechen wir nicht nur Deutsch und Italienisch, sondern auch Romanisch. Romanisch ist die vierte Landessprache der Schweiz. Sie ist ein wichtiger Teil unserer Bündner Identität. Bildung beginnt für uns in der Dorfschule und führt über die Berufslehre oder das Gymnasium an unsere Hochschulen. Graubünden ist auch ein internationaler Forschungsstandort. Wir tun viel, um unseren Nachwuchs gut auszubilden und ihm später gute Berufschancen zu bieten. Es ist September. Im September ist Jagd. Und böse Zungen lästern, dann stehe ganz Graubünden still. Bei uns hat die Jagd nichts Exklusives. Wer ein Patent besitzt, darf auf die Pirsch. Übrigens, clevere Hirsche und Gemsen fürziehen sich beim ersten Knall in den Schutz des Nationalparks. Vorsicht, Zugsabfahrt. Zugsabfahrt. Musik Ali! Ja. Denkst du? Ja, der kommt immer wieder. Wie die Fans, die gehen da an jeden Mann. Nicht nur für Hockey-Fans hat Graubünden eine eigene Eisenbahn. Die Rätische Bahn. Teile davon zählen zum UNESCO-Welterbe. Für die Touristen und natürlich für uns selbst sind Bahn- und Postautos wichtig. Sie sorgen für Anschluss an die Zentren, gerade im Winter. Der Winter bei uns in Graubünden ist etwas ganz Besonderes. Graubünden ist ein Original. Unsere Berge, unsere Tiere. Wir Menschen, ja klar, sind wir manchmal etwas eigen. Wie unser Wappentier, der Steinbock. Der wäre fast ausgestorben und musste wieder angesiedelt werden. Ich glaube, ich bleibe auch da. Was meinst du? Das ist jetzt ein Witz, oder? Bien dit. Buonasera. 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 In Graubünden beschäftigen uns sogar Besuche von Bären. Bis zum nächsten Mal.